Du kannst dich freuen. Ostern sind sie alle dabei. Kügt ihr das an? Kügt ihr das an? Wow, Alter. Ich wünsche viel Spaß. Unser Programm. Die Oster-Highlights bei RTL. Na, das ist ja ein Schauspiel. Er kapiert gar nichts. Möchtest du mich heiraten? Wenn ich einmal anfange zu tanzen, wackelt mein Körper 3 Tage später noch. Nennen wir deinen Namen. 32 Single-Ladys. Das war ein Gefühl, der war bauern. Seid ihr bereit? Frohe Ostern bei RTL. Prost. Herzlich willkommen, los geht's. Kügt ihr das an? Ich kann es gar nicht mehr abwarten. 888. Bar 100 Prozent geil.